Und ich würde es nett von Ihnen, dass Sie mir meinen schlöten Alltag versüßen möchten. Was meinen Sie, wovon reden Sie gerade? Gar nichts. Was schön Sie zu sehen. Geht's Ihnen gut? Kaum. Kaum. Weshalb Sie hier sind, weshalb ich eigentlich in Gesprächen... Ihr Scherz war wirklich interessant, aber absolut umdoppelig. Jetzt kommen Sie. Wissen Sie, wo der Fehler liegt? Sie könnten nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun. Wenn Sie Breese gesagt hätten oder Marquardt. Ansonsten... recht amüsant. Aber es wäre nett, wenn Sie in Zukunft wieder normale Nachrichten auf meinem Arbi hinterlassen könnten, damit ich nicht anfangen muss, mir Sorgen um Sie zu machen.